So, hallo, 2. Januar, wir brauchen wieder eine Folge... Ne, 1. Januar heute, aber morgen ist der 2. Januar. Wir brauchen wieder eine Folge von Infernum da. Sollte jetzt gleich sich öffnen. Na? Perfekt. Okay, so. So, äh, und, 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 Sarion ist nicht da. Okay, ich bin jetzt auch wieder mal ganz spontan am Aufnehmen. Äh, wieso kann ich hier nicht? Hallo? Kann ich? ZMZ, lass mich, danke. So. Und wir sind noch... Ein paar Level hier vom Ende dieser Special World entfernt. Ludus Kasus, okay. Mal gucken, was das ist. Ich krieg erst mal was spendiert. Was ich scheinbar auch brauche. Okay. Äh, da hätte ich jetzt... Äh, okay, was hätte ich denn da gebraucht? Muss ich da immer noch groß sein? Geht doch gar nicht. Oh, ich kann... Okay, ich kann... Ich kann zwar... Ach so! Mh... Ich soll mir die Feder nehmen... Ah, wahrscheinlich kommen die Feder nicht rechtzeitig. Aber ich kann auf jeden Fall die Blume nehmen. Statt dem Pilz. Ach, Mann. Okay, schon mal gecheckt, was hier Sache ist. Auf jeden Fall. Ja, okay. Also die Feder wird's nicht. Scheiße. Aber die Blume wird es. Und dann muss ich... Ah, ich muss die ganze Zeit die Blume. Hm. I see, I see. Dann muss ich hier warten... Bis die weg... Bis die weg sind. Und dann muss ich hier nämlich... Ja. Okay. Okay. Das wird ein interessantes Level. Das war vielleicht schon ein bisschen zu lang. Ne, es passt. Sechs Stück braucht er immer. Oh, schieben. Oh, Scheiben. Ach, Mist. Okay, die muss ich wegmachen. Dann da runter auf das Feld. Äh, Feld. Auf das... Feld. Auf den Fragezeichenblock. So. Okay, aber warum macht man den weg? Weiß ich gar nicht. Come on! Oh, zu wenig Platz. Oh. Okay, perfekt. Wobei... Ja. Nee, nicht perfekt. Ich muss die richtig wegmachen. Und dann auf den draufspringen einfach. Derweil frisst Yoshi hier Dinge. Die er wahrscheinlich nicht fressen darf, oder? Wie wär's? Why, what? Was geht hier ab? Ah, Yoshi muss da unten drunter... Ja, okay. Yoshi darf die nicht essen. Da ist der schon fleißig. Und jetzt muss ich die... Die zwei Dinge verhindern, dass er die nächsten zwei Dinge isst. Gut. Jetzt isst er die Münze. Willst du mich foppen? Wie soll ich das denn dann überhaupt ver... What the heck? Muss ich wohl richtig, richtig gut hier... Snipern, oder? Wie seh ich das? Dass die Münze auf dem Ding drauf landet. Aha! Oh je. Okay. Ah! So nämlich. Oh. Und dann kann der nämlich hier rein. Ach, du Schande. Und dann gönnen wir uns... Ist jetzt die Frage, was wir uns gönnen. Aua. Was, 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 was werde ich mir da mitnehmen müssen? Hm. Ich weiß doch gar nicht, ob... Nee. Ich würde da schon den normalen Yoshi oben haben. Der Fisch ist einfach nur... Der Fisch ist einfach nur störend. Ah, super. Aber wo muss ich denn da stehen, dass mir der Fisch nicht... Ich hab doch gerade eine Stelle gehabt, wo ich stehen konnte. Okay. Nein! Ja, dann haut das Ding ab, was... Dann darf ich den gar nicht so bald auslösen wahrscheinlich, weil dann ist es ja weg. Okay. Kommando zurück. Okay. Ich hätt schon gern die Feder. Soll nicht, was an der Feder falsch sein soll. Okay, irgendwas muss da hin. Hä? Muss der Goomba da hin? Oh. Ich glaub, der Goomba muss da hin. Oder schaff ich's hier, den Rand mitzunehmen? Nee. Da kommt der Stalierrand. Achso! Ja, okay, gecheckt. Jo, das war ja cool. Was ist das? Achso, ich muss wieder klein... Nein! Scheiße, ich kann hier jetzt nicht... Geht das irgendwie, das so durchzurutschen, ohne dass man... Nee. Äh, AF. War schlecht. Er ist zu langsam... Huch, falsche Taste. Äh, stopp. Wobei Scheiße Ja, ist jetzt Sehr ungünstige Kombination Nee, so geht's auch nicht Perfekt Ich könnte mich ja hier treffen lassen Das könnte gehen, dann bin ich nämlich schon klein Weiße So, dann machen wir einfach den hier Und dann den hier Und das passt das Oh Bis wie weit kannst du denken Ich Ja Nein Eher nein Ist eher ein nein Ups Oh, oh, seh ich den noch? Nee, den seh ich nicht mehr Nein Nein, das war nicht so gut Seh ich den jetzt nochmal? Nein No Ja, das wäre fast gut gewesen Nein, man Boah, dann hat es doch auch irgendwie funktioniert, dass der dann wach geworden ist in dem Moment Wieso passt das denn jetzt nicht mehr? Ah, ich muss ihn fallen lassen, sonst wird es nichts Ich glaube, das fallen lassen ist der Fehler Also, dass ich ihn nicht fallen lasse, meine ich Ja So, und jetzt musst du Nein Nein, ich hatte es Kriege ich das zurück? Ja Jetzt muss ich ihn nur Okay, das kriegen wir hin Du kommst sogar an den Mond dran Oder auch nicht Okay, war das ein Midwaypoint? Yes Nein So Wie soll ich denn Wo soll ich denn Hä? Soll ich denn da hochkommen? Ach, darüber Das habe ich durch das Stay Loaded gar nicht gesehen Die Feder ist bestimmt nicht richtig jetzt Weil die viel zu nett und viel zu besser Viel zu passend ist Oh, ich will die Blume Oh, ich will nicht Ich will die Feder Oh, irgendwas muss da Das muss, egal was es ist Es muss da weiterfahren Ich soll es überhaupt noch nicht einsammeln Und jetzt erst Was kommt? Ah, der Stern, okay Ne, der Yoshi braucht es, was da kommt, oder? Ja, was immer da kommt, muss von Yoshi gegessen werden Scheiße Okay Achso, ich kann da unten durchlaufen Ich trottel Ich kann da unten ja durchlaufen Nevermind Das war sogar gar nicht so schlecht Ich hab doch da Zeit Chill Oh, hier Alles Alles easy So, dann hüpft er da hoch Hätte das irgendwie Hä? Also, hätte ich jetzt irgendwas anders machen können, dass er da hoch Nicht hoch Keine Ahnung Dann irgendwas anderem nochmal umgedreht Habe ich einen Block zu viel ausgelöst? Okay, das hat nicht hingehauen Gibt es irgendwo einen Block, den ich nicht auslösen darf oder sowas? Weil Der Zeitpunkt, dass der ausgelöst wird Ist ja Ist ja Vorher bestimmt Also da kann ich am Timing nichts ändern Achso Ja, ne, ich bin dumm Ich darf den Block nur nicht vorher auslösen Das könnte jetzt ein bisschen knapp werden Aber das kriegen wir hin Ne, passt sogar Habe ich gedacht Okay So, jetzt muss ich da drüben warten, bis das Ding kommt Und dann den Block auslösen Damit es eben nicht gleich dagegen springt Mann Okay, wir können eigentlich auch warten Ne, wir können nicht warten, weil dann kommt der Ich muss da jetzt durch Ich muss da jetzt durch Dann muss ich halt hier warten So, jetzt passt die Jetzt kommt da noch einer So, jetzt passt die Geschichte Jetzt kriegt Yoshi sein Essen Ich krieg Yoshi Und Yoshi kriegt seinen Tod Super Okay Und dann geht es aber direkt weiter Wir haben hier keine Pause Das war nix Der muss umdrehen Und ich da hoch Ja, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wann ich das aus Das ist jetzt wieder das Ding, das ich jetzt nicht weiß Ich hätte gern die Feder Schätze ich Ja, das war sicherlich schlecht Ich brauch den Stern Safe call Brauche ich den Stern Stern und nee, Stern Es muss Stern sein, weil mit Blumen Selbst mit Blumen komme ich da nicht durch Es muss Stern sein Okay Na so nicht Nein Okay Also was soll's denn sonst sein? Wie soll ich denn sonst hier durchkommen? Da sind so viele Sachen, wo ich Hä? Wie komme ich jetzt hier? Hä? Was fehlt mir? Was habe ich falsch gemacht? Alles Offensichtlich alles Hä? Scheiße Ich brauche irgendwas Okay, irgendwas habe ich ganz anders gemacht Als ich sollte Die Shell Ich muss die Shell mitnehmen Scheiße Shit Und mit Shell und Stern dadurch wird ja Oh mein Gott Moment Dann darf ich ja nicht mal Oh Gott Ich verstehe Oh nee Ich verstehe Dann den Shell Jump zum Schluss Oder was? Sheesh Muss ich das so time, dass ich sowohl Stern als auch Shell bekomme Das war nix Ja, wenn es jetzt die Plattform wäre Oh mein Gott Vielleicht ist der State auch schon schlecht Ja, der State ist glaube ich schon grottig Geht ja gar nix mehr Aber andererseits ist scrollt ja Also es geht ja gar nicht Wie soll ich das anders Gut Gut, ich muss wahrscheinlich doch Ja, der hat doch ein bisschen was kann ich anders machen Ich kann schon beim ersten Mal, wenn ich den erwische Genau Perfekt Kann ich den ja schon hier zur Shell machen Dann liegt die ja da Und dann kann ich das perfekt timen Ja, okay Nein Achso, ich darf die nicht loslassen Ich darf die nicht loslassen Ich darf die nicht loslassen Ich muss das so reinrutschen irgendwie Genauso Weil wenn ich sie loslasse, kann ich sie nicht mehr aufheben durch den Sterneffekt Sehr gut Nein Und dann da schnell rüber noch Okay, das war doch schon fast gut Er springt mir zum Glück sogar entgegen Mann Sehr gut Perfekt So, und jetzt muss ich warten Aber ich brauche halt Ich meine, das sehe ich auch Ich brauche da oben ja nochmal was Um groß zu werden Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich da oben groß werden soll Also irgendwas fehlt immer noch, kann das? Weil ich komme jetzt da hoch Aber dann falle ich ja runter Ich muss ja groß werden mit dem nächsten Block Also ich brauche Hey Da fehlt doch immer noch irgendwas Aber wie soll ich denn hier Also was soll denn da jetzt noch fehlen? Okay Okay, da kommt einfach von oben aus dem Himmel Der himmlische Panzer Und rettet mir den Tag Okay Ja, irgend so was musste es sein Aber okay Noli me tangere Ich bin gespannt Danke fürs Zuschauen Nächstes Mal Und tschüss